Ich heiße Maria Moser, komme aus Baden-Württemberg und das ist der H.M. Graf Hinrich. Das ist nicht mein Pferd, das habe ich geliehen bekommen und wir sagen zu ihm immer Hadi, weil das ist türkisch und das heißt schnell und er ist immer sehr schnell und passt auch immer im Parcours auf. Ich bin jetzt in dieses Tierra Piking gekommen, ich finde es hier richtig schön. Die Kinder sind ganz nett und die Betreuer und die Trainer. Das Training ist jetzt nicht so, dass alles immer super und auf Hochleistung ist, sondern dass man guckt auch, dass es den Pferden gut geht und dass man was lernt und alle helfen und man tut nicht so, als ob man ein Team ist wie im Kater oder so und dann reitet man auf dem Turnier gegeneinander und dann ist plötzlich alle Freundschaft wieder weg oder so. Mein Ziel ist oder besser gesagt, ich habe kein wirkliches Ziel. Ich setze mich immer ein kleines Ziel, wo ich dann auch eher erreichen kann, damit ich auch ein Erfolgsgefühl habe und ich will alles in kleinen Schritten schaffen. Mein Ziel wäre dann eigentlich die Europameisterschaften, aber als erstes Ziel ist Warendorf das Nachwuchschampionat und die deutschen Meisterschaften in der Vielseitigkeit.